Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, nämlich zur 11. Folge von Pokémon Smaragd. Da es die 11. Folge ist und da ich jetzt 11 Abonnenten und da mir die 10 Abonnenten mal geknackt habe, dachte ich mir, mach ich vielleicht mal so ein kleines Special. Also, es hat dieses Video die doppelte Länge. Das heißt, Aufnahmezeit 20 Minuten, Abspielzeit jetzt am Ende 5. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Und jetzt labere ich nicht mehr lange und wir fangen gleich an. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.